Herzlich Willkommen zurück Leute, neue GDA Session, heute natürlich wieder auf dem großen M mit Flogge, Juli Kapuze, Kunda, McFlyngills, Turner und Alex. Und Alex hat das falsche Ball. Es kommt ja zu spät und dann... Und das ändert sich manchmal. Juli hat das gleiche Problem wie ich. Ja, genau. Ihr seid das Problem ey. Juli hat auch das falsche Ball. Ja. Das ändert sich manchmal. Hier du Gatome. Ich lege wieder. Und mir fällt auch gerade auf, ich habe keinen Spielstand. Der gute Ausreden, Alex. Der gute Ausreden, Alex. Wow, Alex ist jetzt diese Bier. Also alles verpackt. Ach du bist ja auch Ketchup. Ja wir sind in einem Team. Team Ketchup. Lass mal hier Team Mario, der kriegt jetzt einen. Das war's. Ohhhh. Hey. Hey. Hier, McFly. Ja ja. Den Finger beißt ich da auch noch ab ey. Da ist die Mario weg. Die Mario. Nimmst du die Mario von mir. Hallo Alex. Da kam der Salat vorbei. Hey. Was ist das hier? Ey Kutla. Ich wollte weg von Kampuzi. Tut mir leid. Jetzt seid ja auch reif ey. Man fährt doch immer auf die Seite auf der man ist. Vor allem seid ihr echt über Kreuz gefahren. Hey Alex. Hey Alex. So war das nicht abgemacht. Ja schieb mal an. Ja schieb mal an. Und alle überholen den Joe. Wieso ist das Motorrad auf einmal an da? Oh oh oh. Holy shit. Das verstellt sie bei mir auch. Komm Neil. Ich hab sogar safe keine Farbe eingestellt. Oh. Tau Tau. What the fuck. Was für ne Aktion. Das war den. Tau Tau ist die Sing. Du verdammt. Du verdammt. Du verdammt. Du verdammt. Das ist jetzt ja. Nils ein bisschen ärgert. Äh den Kampuzi. Oh wo wollst du hin? Wollst du gegen die Bande fahren? Oh. Hey. Du weißt nicht mit wem du dich anlegst. Ich komm mit. Ja ja. Guck doch noch mal da hinten. Na schade. Du wirst sowieso nicht. Wollen wir gleich dann das Pizza kommen. Du kannst sagen das gute ist. Dado muss Pausen machen. Autopilot hab ich. Autopilot. Du wirst Shigo schnell spielen ne. Das ist Shigo lehnt ihr da raus. Bremsen Alex. Bremse. Das geht pressen. Unglaublich. Wahnsinn. Da ist auch ne Vollbremse gemacht. Mich hat's richtig zurückgeworfen. Komm. Es ist ne Vollbremse ey. Es ist hinter Alex. Ja. Ich bin immer schlecht hier. Na kapuzi. Um. Kann ich probieren. Um. Hab ich einen Parole. In joustrainer ist es decor aus dem Gondosiese. Wie und eineелoman-gasse- αλλά. Wola kann ich jetzt mehr machen. Kanin oder so weiter nicht. Fosabi kl shift es sich Podik ruhig. Bei Karnarn. Mit sch delve CC die Kn rough Sub. 打нут? Ich hab grad den guten Freund, ey. Endlich war erster und dann kamen wir wieder. Ey, zieh mich den Hintergrund weg, ey. Bums, da weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Komm ran, du hast dir beim Ketchup nichts zu suchen, ey. Ich halte mich da raus, ich bin beides nicht. Irgendwie ist das komisch ohne Spielraum. Droge! Das ist doch kein Sound. Ich weiß es nicht. Ey, wer ist das hier? Oh, der ist ja weg. Da ist wieder Cap Teleporter. Ja, das liegt daran. Hallo? Nee, der vorne muss weg. Welcher von denen? Mayonnaise? Mayo? Mayo McFly? Nee, der Regenbogen da. Oh shit, jetzt! Ich wollte ihn da her zum Kämpfen. Oh! Boa, du! Bekehrs hinter diesen. Da ist doch komplett runtergestoppt, ey. Da kommt die Mayo, ey. Da kommt die Mayo, ey. Da kommt die Mayo, ey. Tuck! 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 Der... Alle! Da kommt Kaida, ne? Da kommt Kaida, ne? Oh fuck! Okay, ich weiß es nicht. 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 Oh, Jones in der Kurve. Oh, Jones, ey. Nee! Nee, da muss ich aber früher aufstehen. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Der... Wie? Hast du einen Platz? Der Flitter-Jones. Ja. Nein! Nein! Wir haben Ketchup verloren. Ja, wir haben Ketchup verloren. Ja, wir haben Ketchup verloren. Zweimal Ketchup ist auch eklig. Doch, Nils, wo ist der Ketchup? Hier vorne ist ne Gurke. Und die legt doch sonst immer jeder vom Burger, ey. Pass mal auf, ey. Ungesundes Stück etwas, komm her. Da fährt... Da fährt... Oh Gott! Oh Gott! Was ist Kuntran eigentlich? Was ist hier? Nee, ich bin hier so ein gefärbter Burger. Petties. Crabby Patties. Kappenburger bitte. Boah, da sind's da alle, ey. Kuntran, das ist voll unheimlich mit dir. Ja. Man möchte nicht... Oh Gott, ey. Ey, mach dich die ganze Zeit durch mich. Ey, mach... Ey, mach... Ey, mach... Das hab ich mir getan, schau, ey. Alex, links oder rechts? Links, rechts? Links, rechts. Gib mir deinen Windschatten, hä? Kuntran, Alter. Das wird nicht, Stada. Geh mir! Ich bin jetzt erstmal einstellig auf dieser Seite. Holy shit. Ich werd heute immer nur einstellig, ne? Voll geil. Wir sind nur neun Leute. Wow. Heute einstellig, wow. Auf der Flocke freut sich, Wolle fällt dir ab. Warte mal. Hey komm, ich bin's weiter, ja? Das ist ja quasi... Julie. Julie, du bist ja so lang. Komm, Julie. Julie chillig. Guck mal, die ist 69 da hinten auch da drauf. Warum hast du 69 drauf? Ja. Oh, die falsche Hose. Ja. 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 Wollen wir ein schönes Rennen? Ja. Ja. Solche Rennen nehm ich nie auf, ey. Ich hab gewonnen. Ich hab dich gar nicht gesehen. Weißt du, wer gewonnen hat? Nein, nee nicht, du. Boah. Yoloko hat gewonnen. Das ist übrigens ne schöne Halloween-Maske. Ja. Yoloko. Wunderschön. Gefällt mir richtig gut. Du musst den Daumen nach oben geben. Nein. Warum? Nein. Nein. Wie gesagt hat mir eigentlich Alex erlaubt, Ritter zu werden mit dem falschen Motorrad? Da hat keiner gerammt. Ja, das ist eigentlich gegen die Regel. Du musst dich selber zurücksetzen. Naja, er wurde gerammt. Ich hab aber auf alle gerammt. Ja, das war echt. Wir haben auf alle gerammt. Ich hab's auch versucht. Ich bin dann ganz hinten. Julie connected noch. Das ist ja gesehen, Maxi. Upsala, ja. Julie kann... Moment. Ich bin schon da. Es fehlen noch zwei Leute. Das hab ich bei dem Lauter so lange dauert. Julie und Florian. Achso, sie sind in der Lobby aber zehn nicht als Spieler. Ah, jetzt? Jetzt aber. Die Namen standen da drin, aber es wurde nicht in dem Counter erhöht. Mhm. Welches Auto, Kapuze? Oh, ich? Ja, mach, komm. Okay, okay. Es gibt dir nur zwei. Ja, komm. Nur weiter. Wir nehmen den Tropos-Rally. Rally. Oh Gott. Tropos. Rally. Rally. Der Rally. Stronzo hat's als Lackyro. Den gibt's als Stronzo. Ja? So, Alex, auch confirm, ne? Sonst wieder nix. Ah, Stronzo. Ja, ja. Ich mach jetzt nochmal bestätigen, wie grad hängt auch. Und jetzt wieder das andere. Du bist ready to play kommen. Du kannst gar nicht sehen, welches Auto du hast, nachdem du bestätigen gedrückt hast. Was? Boah, links unten. Nein. Wo steht das links unten? Für mich steht Profi-Rennfahrer. Ja, das ist, weil ich links neben dir stand. Ja, das ist eine gefährliche Ecke. Also hier will ich nicht links außen fahren. Verbremse ich lieber. Ja, da kommst du nix. Wer hatte mich davor gerammt? Oh nein. Oh, die ist kaputt. Oh, die ist knapp. Kaputt heißt ne Kurve ohne Bande. Oh. Oh, ey. Oh, ey. Oh, ey. Was hast du denn für ne Rennstische? Die kenn ich gar nicht. Ich seh, ich seh auch gar nicht alle. Nein, alle. Oh. Oh, oh. Oh, Kaputt hat mich richtig gedreht. Oh, Kaputt hat mich richtig gedreht. Ah. Das ist doch deine Heimstrecke hier. Das Auto war das bei mir. Juli, ich rums mich doch nicht so an. Nein, du hast zwei andere rausgehauen. Wie kann ich resetten mit F? Ich zeig dir Mittelfinger. Alter Tier. Das geht. Kaputt, du hast ein Baum, du Opfer. Das war ich? Das war ich. Oh. Unran, mach keinen Hack weg jetzt. Ja, ich... Was soll ich denn tun? Wir müssen nach vorne. Oh, oh, Baum. Da vorne sind sie. Ich bin mega langsam. Oh, bisschen Bremsen. Das hat Tautau verdient. Er wollte dich rammen und ist einfach weggeflogen. Das haben wir gemerkt bei mir. Oh nein. Oh nein. Tautau, die Pfandöse, ey. Die Pandaöse. Pfandöse, ja. Was war das? Was war das? Oh, gut. Hey. Alles gut, war genau so geplant. Oh, ihr zählt nicht fast getroffen. Die anderen beiden sind weit weg. Ich wusste es. Wir müssen Action machen. Ja. Oh, Mensch. Was kommt denn da vor mir? Das kann ja nicht sein. Ach Tautau, du bist 300 Meter weg. Komm erstmal ran auf dem Meter. Oh. Der rammt mich jetzt eh runter. Ich schwöre. Hallo. Ich schwöre. Ich schwöre. Tautau, ich schwöre. Ich schwöre. Ich schwöre. Ich schwöre. Ich hatte vollen Leg Damm 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 Dau Dau Bamm Dau Ich hab extra meinen Rindern ausgemacht Damit ich nicht... Mein Fleiß steck ich mal an da vorne Ja Gott, ich hab den Logo Der kann doch nix Läuft gut hier Hier geht's hoch, schau Guck mal die Farben von uns an, voll gut Guck mal die Farben von uns an Das ist toll Pass auf, da ist ne 90 Grad Gut, dass die Stromleitungen nicht echt sind Nee, das wär geil Lass einfach da oben drin hängen Die schöne Vlogge ist da Wir sind gut rangekommen Oh Gott Ich hab grad den Rückschlägen Nichts so drehen Wir sind gut reingekommen Ich bin gut reingekommen Was macht der Baum auf der Strecke? Entschuldigung Hab ich da hingelegt Jetzt McFly greift nochmal an Ja wie denn? Ja, rammeln 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 Moment, Moment Nein Ach komm Jetzt dreh ihn wenigstens Kann ich nicht Nee, Shami nicht Nein, Aua Das kehrt am Ende Den einzigen Angriff von Dalo hab ich abgewehrt Ok, nochmal gucken Wöch' ich jetzt irgendwie Da-da, ne, 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 ne F**k! Nein Da-da, da-da, ne Was machst du da, du kacka Du kacka Du kacka Ach come on, seriously. Ihr seid doch kurz vorm Ziel. Was macht Kapuze denn? Oh Julie, es fehlt dir wieder nur ein Meter. Das ist falsch. Davon. Nein. Nein. Alles fake. Aber du kriegst heute immer Punkte, Julie. Als Letzte, oder nicht? Nee. Nee, nur wenn ich die nicht probiere. Als Letzte, kommst du auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Das war's doch gar nicht. Doch, das war's. Wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst ihr gerne einen Like. Dann schaut auf jeden Fall bei anderen vorbei. Und wir sehen uns in der nächsten Runde GDR 5 wieder. Macht's gut, bis dahin und tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.